Den! Den! Nein! Wir haben 4 Äpfel und wir haben 17 Rottenfleisch. Da würde ich mir jetzt einfach mal 5 gönnen, ne? Geht scharf. Und immer... So, wir haben uns wieder mal dickfett vergiftet. Boah, mein Hals, ne? Ich bin... Ich glaube, morgen ist meine Stimme weg. Ech! Morgen habe ich Musik, dann muss ich wieder singen. Yeah! Natürlich ist die Scheiße am untergehen. Was auch sonst. Mann, so ein Dreck! Wollen wir einfach mal stehen bleiben? Wie lange dauert denn der Hunger noch? 2, 1... Hooray! Ich weiß gar nicht. Ist Rayman 3 schon zu Ende? Während ihr diese Folge hier seht? Wenn ja, dann sorry für dieses Ende. Aber... Tut mir auch leid. Nee! Nee! Nee, echt! Also was... Da für eine Scheiße verzapft wurde, ey! Danke! Danke! Brauche ich nicht! So! Dann hätten wir eigentlich auch noch darüber spacken können. Na super! Dann würde ich sagen... Einfach so aus nostalgischen Gründen, weil es ja schon so lange her ist. Sooo lange her! Also für euch nicht! Für mich schon! Gehen wir einfach nochmal runter in ne Bude! Und gucken mal, was da abgeht! Ja lol! Irgendjemand hier? Nein! Gut! Boah ey! Was habe ich denn hier gebot? Oh! So! Wo ging es jetzt hier? Ohhhh! 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 Die haben wir damals aus den Waren... Waren hier nicht mal... Hab ich die ja abgebaut. Und die Ender scheiße ist ja auch wieder... Am Start! Na das ist ja nice hier! Oh! Ein Mahnmal! Ach hier sind die... Ach du Scheiße ey! Bloos nicht ey! Und die Werkbank steht auch noch hier rum! Einen Traum! Wat war dat grade hier schon wieder für ein Scheiß bug? Hm? Dabei wurde in Version 1.5.1 doch die Performance improved. Scheinbar nicht, wenn Fraps läuft. Finde ich nicht okay. Muss ich mal so sagen. So, und jetzt kommt gleich Drehwurm-Fiefer, Alter. Drehwurm-Fiefer. Willkommen in der Zeit der schlechten Witze. Ist schon ein bisschen so Sarraza-like. Nichts gegen Sarraza. Ohne Scheiß, nichts gegen Sarraza. Ich liebe Sarraza. Ich liebe Kronk. No homo. Jetzt reicht's langsam, Timo. Ach, wie ist er? Timo, Timmy. Fotzensohn. Nein, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Und KST Beats. Nee, jetzt nicht. Jetzt aber mal, nee. Warte, geht das auch so? Jawohl. Nein. Programm-Test. Ja, lass mal das mal an. Keine Ahnung, was das ist. Drum Ultima Harmony. Under Construction. Ah, ist klar. So, und wir haben schon wieder zwei Essenzleisten verloren. Na schön. Oh. Nee, weh. Oh ist ja falsch. Ist ja weh. Boah, ey, heute bin ich auch wieder richtig lustig. Boah, irgendwas hackt hier auch gerade mit dem Ton. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht liegt es an der Festplatte, auf die ich aufnehme. Da habe ich nämlich neulich versucht, mein Windows XP zu retten. Also im Sinne von, ähm, das Virtualisieren. Disk to VHD. Wer das auch nochmal machen möchte, irgendwann. Und sein Windows XP noch hat. Wenn er, falls er jemals Windows XP hatte. Weiß ich ja nicht. Oh, guck mal, Schmiedelmelone. Sechs. Geil. Ja, in die Kisten müssen wir auch mal irgendwann was reinbringen. Ein System oder sowas. Aber bis dahin fucken wir das System. Kennst du? So. Söterle. In Alpha-Zeiten hat Gronkh davon gesprochen, ein Auto-Move einzubauen, dass man so, oh, heute ist aber echt mit Gronkh, die Gronkhiness ist wieder am Laufen. Äh, so was einzubauen, dass du, äh, irgendwie weh, keine Ahnung, gedrückt hältst. Und der aber alleine läuft. Ohne, dass du weh gedrückt hältst. Also das war jetzt irgendwie sinnlos. Aber, weiß, was ich meine, ne? Aber, das war nicht erforderlich. So, dann komm mal her, du scheiß Spinner. Komm, ist doch Tag. Da magst du mich doch, wa? Woher haben wir eigentlich 23 Ficky XP-Leisten? Ach, übrigens. Moin. Tschüss. Wow. Ach, du scheiße. Was war das denn gerade? Ja komm, jetzt nimm mich mal auf. Boah, ne, das Ding regt zum Glück nicht auf. Hallo. Oh Mann, ey. So, danke. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Von wo? Alter, du scheiß Ding. Oh, Alter. Soll ich mich bepissen wegen dir, oder was? Boah, ey, du scheiße. Jetzt die scheiße, ey. Da oben ist die scheiße. Hallo. Na, Bitches. Die sind da oben. Anstatt, dass die mal hier rumkommen. Ich dachte, eure KI wurde verbessert, ihr Spuggis. Lol, tot. Lol, tot. Ach, du scheiße. Wo kommt der her? Wo kommt der Arsch her? Fuck. Lol, stopp. Boah, ey, kack. Ich kack mir hier gleich ein, ey. Was ist denn hier los? Wo kommen die her? Wo kommen die Spacken her? Du kacke. Alter. What? Oh. Du sollst den abschießen, nämlich. Du scheiß, Dreckskack-Skelett. Pisst euch, Alter. Komm da her, du kack-Skelett. Ja, tötet euch mal. Nein, oh, bist du denn dumm? Du sollst den da töten. Den. Den. Nein! Boah, Alter, wie dumm kann ein Mensch sein. 24 XP leisten. Unser schönes Schwert, unsere XP. 24 leisten. Ah. Vor allem, haben wir nicht zufällig einen Zaubertisch eigentlich in unserem, irgendwo in unserem Thron eigentlich? Boah, die Scheiße, ey. Da ist der Bedrock-Block. Wieso spawne ich hier? Ah. Ich sag aber bitte nicht, dass das auch noch stimmt. Scheiße, Alter, Scheiße! Mann, was ist das für eine Kacke? Das ist doch eine Scheiße, Mann. Ja, Haltbarkeit 1, na, super. Das ist doch eine Scheiße. Ey, jetzt könnte ich gerade echt kotzen. Ich könnte kotzen vor Scheiße. Ja, am besten gleich nochmal auch unterfallen. Ey, das ist jetzt aber echt scheiße gewesen. Mensch. Im Hintergrund jetzt gerade DJ Rock mit dem Song Spring Breeze. Einer der etwas ruhigereren Songs von ihm. Gefallen mir aber allgemein ziemlich gut die Teile. Kann ich nur empfehlen. Link zu irgendwelcher Musik kommt demnächst mal in irgendeiner Beschreibung. so jetzt. Stirb, 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 stirb. Boah, du fu- 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 die Scheiße, von da oben kommt die Kacke runter. Nein, nein. Kreuz, hallo, Mann, so eine Scheiße. Ich müsste hier mal ausleuchten, aber. Boah, spawnt da schon wieder die nächste Scheiße, ey, ganz ehrlich, ernst ehrlich. Ich habe doch nicht mal den einen Tod, kommt schon der nächste Scheiße. Boah, Fledermaus, geh aus dem Weg, ey. Alter, hallo, ihr Bitches, Mann, seid ihr mal tot? Boah, Fazi, ey. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Wieso sterbt ihr denn nicht bei Tageslicht, Mann, seid ihr denn dumm, oder was? Boah, Alter, was? Wie soll das gehen? Alter, wie weit haut der mich weg? Oh, jetzt wird's, jetzt wird's ein bisschen krank. Hier hinten war ich noch nicht. Fuck it. Hallo. Der steht echt... Scheiße, ich bin... Scheiße. Boah, Scheiße, ne? Drecksscheiß, Kackskillit. Boah, wieso brennst du nicht? Hallo? Genau. Alter, von allen Seiten kommen hier Zombies. Was ist denn das für eine Scheiße? weg mit dir, ey. Hast du uns am Ende noch einen Kack-Spawner? Ja? Alter, guck dir das mal an, da hinten, bitte. Danke, 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 nein! Wow! Alter, was? Was ist los hier? What's up? Boah, ey, alter Schmierer. Jetzt erst mal hier die Scheiße wegholen. Lol! Der Pfeil ist runtergefallen. Hallo, Zombie! Zombie! Ich will hier nicht schon wieder runterfallen, du Scheißgeräte. Jetzt wird erst mal hier das Feuer ausgemacht, ey. Ja, ich weiß, dass... Alter, wo kommen die her? Verdammte Scheiße, wo kommen die her? Wo kommst du her, du Spacki? Ja, Burn immer schön. Alter, wo... Oh! Vorne ist bestimmt noch die Kackspinne. Stirb! Stirb! Danke! XP nehme ich gerne. Boah, bitte sag, dass die mir nicht folgen können. Hier hoch. Sag, dass die zu blöd sind dafür. Alter! Guck dir das mal an, die Armee da unten. Ich bin ein halbes Wrack. Boah, das ist jetzt richtig... Das ist jetzt richtig... Scheiße ist das jetzt. Du Kacke, ey. Sowas hatte ich auch ewig nicht... Sowas habe ich ewig nicht erlebt. Boah, einen mittleren Herz, Kasper. Ihr müsst mir übrigens dann mal helfen. Die Aufnahme wird heute nicht allzu lange gehen, weil ich noch viel zu tun habe, aber das mache ich sowieso nicht. Äh... was ich euch mal fragen will... LaCash ist das jetzt gerade mit Digital Heart. Ähm, was ich euch mal fragen will ist, was soll ich denn jetzt hier nach der Aufnahme gucken? Soll ich das, ähm, Minecraft-Display von Gronkh weiter gucken? Also, die nächsten Folgen. Oder, äh, aber soll ich... Ähm... Kohle? Holzkohle. Ich muss mich verarschen. Oder soll ich, äh, die letzten beiden Folgen der dritten Staffel von Daniel Lewinsky gucken? Ihr entscheidet. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Äh... Torrens Diary. Wir sollten uns mal eine Kiste mit Büchern anlegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Guck mal, hier haben wir sogar noch welche. Zufällig. Dann machen wir uns irgendwo hier hin mal eine Kiste mit Büchern. Würde ich ja glatt mal sagen. Machen wir mal dit hier weg. Äh... Aber eh kein Schwein. Mahn. Dann machen wir das auch noch mit hier. Muss ja jut aussehen, wa? Zack. Und dann haben wir hier dieses Buch rein und dieses Buch auch. Ich glaube, dieses Werbebuch haben wir weggeschmissen, ne? Die Bücher können wir ja irgendwann mal lesen, wenn wir mal viel Zeit haben.